Nummer 15 Mike Beezers verschwundene Abos Mike hat auf seinem YouTube-Kanal Mike Beezersamen 250 Abos Special gemacht, obwohl er diese gar nicht mehr hat. Ein YouTuber namens Nachtara hat mir auf Skype, was jeder noch benutzt, eine geheime Videodatei geschickt. Vielleicht hat YouTube sie ja gelöscht, aber auch wenn Mike es nicht will, ist es das, was er bekommen hat. But it's just a theory, a gay theory. Hallo, hallo Leute, willkommen zu dem besten Format auf YouTube, äh, Dubstep in Trost. Wir spielen heute Folge 99,69, heute fappen wir mal wieder und ähm, ich hab hier einen tollen Namen, müssen wir mal ganz kurz ändern. Du liegst halt mega. Ja, du bist mega, äh... Oh! Hahaha! Passt! Perfekt! Guck dir mal mein Appata an! Äh... Okay. Okay. Ja, äh... Das ist das kreativste Format auf ganz... Ähm... Twitter. Ja, wenn du deutsch eig... Oh! Hahaha! What the fuck is this? Was ist das, Mike? Warum liegt der Stroh rum? Warum muss nur ne Maske auf? Warte, ich mach mal hier den richtig dicken... Warum liegt der Stroh rum? Ja, den richtig dicken... Oh, ja... Das ist für mich jetzt... Hahaha! 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 Wie kommst du da auf? Hahaha! Oh! Ähm... Das sieht doch aus wie ein Pummel! Mal jetzt das... Was? Mal jetzt das... Das ist, was ich gemalt hab! Hä? Perfekt! Mal's du auch? Ja, ja! Ich meine! Warte, wir machen das... So... Mach... Deine Hausaufgaben... Äh... HW... Keine Ahnung... Äh... Und dann der Junge... Voll traurig, der will Call of Duty spielen... Und ja, da bin ich fertig... Ah, ja... Hahaha! Wrong Freak! Fight! Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö fucking creeper, da warst du schon ziemlich nah dran bürne, keine bürne ach so, ich hab das falsche Wort ich hab, ich hab anstatt bürne boah, ich bin aber auch schlau also mit minecraft, da warst du schon ziemlich nah dran weil es eigentlich das hier ist nicht bürne, sondern sondern das ist, das ist, bitte, du hast noch Minecraft gespielt ich hab einfach fucking bürne gelesen ja ich hab bürne gelesen, hab das dann genommen ich lappen ich geb dir hier jetzt zwei Tipps, okay, hier, Wally ich geb dir zwei Tipps was meinst du the fuck, what the fuck is this, alter ich hab keine Ahnung, worauf du redest top perfekt was ist das? ja guck mal, das, das rechte, das linke, vielleicht weißt du ja vielleicht erkennst du es ja hey, was hat das, ach so, du bist ne Flach das sah so aus wie ein Mensch Titanic er will ihr hochhelfen und was ist der Mann dann? der Mann ist ein? ja, wenn man nur unter Zeitdruck geht, kann man nicht so gut malen das nehmen wir, das wird hot als ob du das nicht errätst was ist das denn? ah, pika, oh god das ist mega hässlich hä, das kennt man doch siehst du, das ist immer erkannt das ist voll einfach gewesen zu erkennen fertig kannst du auch gerne ausmalen das weiß ich schon ich hab mehr Punkte als du ahaha oh sorry das nehmen wir erstmal, weil das ist eigentlich oh god ach als ob wie fällt alles ein außer Baumstumpf willst du mich eigentlich fuck, komm oh ich ich ja also das habe ich auf jeden Fall nicht ähm Leben also das, das meine ich jetzt nicht das hast du jetzt gesagt komm, wir nehmen das Wort weil das habe ich jetzt nicht das Wort ähm wie nimmt man es denn, wenn man fett ist? äh zu viel beim Meck ist so so ähnlich so nennt man das doch nicht ach so und die Folge zu Ende ist gucken wir uns jetzt an wie Ben äh, ja hier Trick-Roll spielt ah na mein Grafik auf jetzt steht, ok ok wir, wir sehen jetzt wie, wie schön Ben ein Affen malen kann das, das wird richtig hot ich sag oh oh Gesundheit oh, guckt euch das an wenn das kein Arzt ist ich mein, sowas wird in, äh Museen verkauft für 10 Millionen Euro das ist die Mona Lisa als ob ja, also no difference, ne also, das Bild ist wie die Mona Lisa ich mein, guckt euch da das andere an das erkennt er aber das hier nicht aber das hier nicht euer ich mein, mein fucking Helikopter alter hat der grad, hat der grad hat der grad ahaha kein Tipper, dass er konnte Oh, jetzt kommt die Fähre. Ja. Bitte nicht falsch. Bitte nicht falsch. Du Spass. Das ist nicht Jungfrau, Alter. Der hat gesagt, er sieht darin... Der hat das gekannt. Guck mal, guck mal, unten unten. Guck mal, unten unten unten. Guck mal, unten unten unten. Alter. Oh Gott. Er sieht in Linie. Digger, wie kommt der da rauf? Warte, warte, warte. Hat der da gerade eine Katze gezeichnet? Da hat jemand einfach eine Katze geweilt. Das ist ein Nagel, Leute. Ein Frosch. Wie meint man ein Frosch? Wie? Dein Ernst? Mach einfach mein Profil bitte. Was? Ich bin schon... Ich versteh jetzt nicht. Guck mal. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich muss... Ich muss... Ich muss davon Screechart machen. Das Profil wird... Ich muss das noch mal schreiber ... Warte, warte... ... ... Du 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 du